Wenn du in guten Kontakt kommst, dass du da Hilfe bekommst und nochmal vielen Dank und sei in den nächsten Streams dabei, dann bist du auf jeden Fall auch bald muttert. Und an alle anderen vielen Dank fürs Zuschauen, auch an dich Stocksterkeks, da würde mich mega freuen, wenn ihr mich jetzt mal wieder einschaltet, in dem Sinne euch noch einen schönen Abend und tschüss. Boah, ich habe so Röhrensprünge gemacht und dann immer musst du in so ein Viertel von einem Röhren springen. Die ersten drei Sprünge, first try. Geil. Das sind wirklich eigentlich schwere Sprünge. So, jetzt vierter Sprung, gut, da fehlt jetzt die Röhre, aber auch geschafft. Und den fünften Sprung geschafft. Alles noch am Stück. Sechster Sprung geschafft. Siebter Sprung geschafft. Alter, ich habe alle sieben Sprünge first try geschafft. Lol. Hals, hals. Alter. Scheiße. Scheiße.